Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Rabe, nochmal von vorn. Und heute geht es um zwei Dinge, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Nämlich zum einen Börsen, Investment und Trading, um mein morgendliches Schneeschippen. Also das heißt, das... Machen wir nochmal, das war jetzt Blödsinn. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin wieder zurück aus Amerika. Mein Name ist... Nein, wir machen nochmal von vorn. Mein Name ist Jens Rade und... Brüder, Rade. Hallo und herzlich willkommen hier bei OptionsstrategienTV. Und das ist falsch, denn es geht ja um den Jens Rabe-Kanal. Ah! Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Rabe. Okay. Das war alles du. Ich habe ja auch einen Vornamen. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Das Ding, der muss noch weg. Der muss noch weg. Und heute bin ich nackt. Jetzt muss ich mal ganz kurz den Brösel rauslassen. Ich muss mal ganz schnell auf die Lette gehen. Du bereitst. Heute läuft es ja. Und das ist so ein Punkt, der wahrscheinlich bei vielen ein bisschen eine komische Vorstellung hat. Das müssen wir nochmal machen, weil das war eine tolle Scheiß, was ich jetzt zu erzählen habe. Im Video und noch einmal und noch einmal. Müssen wir nochmal streiten. Wir sind ja nicht Optionen, das waren die anderen. Was wollte ich jetzt sagen? Die Option sind leistig. Okay. Okay.